ernsthaft wenn ich den e einmal schaden bekommen krieg ich nur noch schaden okay ich hab voll live wirklich und verpackt der boss spiel glaub ich bin schwarz mein humor ist so schwarz ich habe keinen humor wieso denn nicht weil er so schwarz ist dass der auf der baumwelt mit hause arbeiten muss höh 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 lol okay recht schnell verrückt das verreckt er nicht so schnell aber weil keine lebensanzeige und so wusste kann ich jetzt nicht wissen ob dem jetzt meiner giftbombe so viel schaden gemacht hat oder nicht kann man ja nicht wissen haben wir haben ja sich jetzt noch erstmal full live machen und ab in die nächste ebene oh mein Gott ich sitze auf dem klo und habe kein klopapier und werde verarscht oh mein Gott nein nicht mit mir oh Gott hey der diese eindringen Viecher alter das ist ja ekelhaft lol jetzt aber der kopf muss rein internet werden und er wird so in der in die in der in der in der in der in der das macht jetzt so Doppel weil dieses Baby einfach nur cool ist und da man weiß was coole Babys Doppelschüsse machen oder zweimal Weini, Thuy 10,8, werde gehe heimlich rum ich gehe jetzt erstmal Richtung Shop und klopp danach erst mal meine Mutter ok, wie ich das anhalt, ich klapp danach meine Mutter Suicide ok Tactical BOOM das ist nicht dein Ernst, wie ich jetzt gerade abtächtigen Geheimen gefunden habe ohne Scheiß jetzt brauche ich eigentlich noch Bomben oh mein Gott ein Kopf der Random Spuckli-Marie ja epische Kombi instant aufgedeckte Map for the win wieso kaufe ich mir noch eine Bombe weil ich zu viel Geld habe oh Karte Kompass Kombi zu geil der macht jetzt gleich selbst so viel Schaden, dass er einfach verreckt weil er schlecht ist ja das habe ich extra gemacht weil coole Leute gerne sich extra Schaden machen ich bin jetzt ein bisschen Lucky blöd wenn man nebeneinander gammelt so noch eine Münze oh Gott oh Gott die spielen hier unfair die haben können komische Sachen spucken das ist nicht cool ah ich habe jetzt gerade nicht äh ja das war gerade mein epischer Männchen kann ich einfach nur epischen Männchen und durch den ich fast Schaden bekomme fail dafür ein Herz wirklich naja das ist so das ist so eine Art Ritzen was ich gerade getan habe ähm bloß cooler nein nicht spuckimachi wagi na fail hallo Mann woher kommt es jetzt hier so bam und don't fail oh Gott das habe ich extra gemacht weil es sonst keinen Spaß macht ja isaac bloody scream ich habe mir gerade ein Seelenherz entschieden habt ihr es gesehen, Alter? ich habe an habe ich gehört Ui eigentlich könnte ich noch das Herz aussammeln so was passiert jetzt mit mir? ich setze wieder auf der Töne und werde von Kindern verarscht oh mein Gott ich nehme mal diese Kinder die einen verarschen nur weil man gerne aufs Klo geht boah das ist ohne Rassist hallo Greed hallo Greed so klapp ich dich eigentlich achso genau weil du tue es bist und wir gerne Steam-Sales gibt hä da müsste ich mich doch eigentlich rausspringen ich schau jetzt mal in der Bibliothek vorbei weil ich gerne in die Bibliothek gehe in dem Game zumindest Mist genau das wollte ich verhindern ich habe hier so wenig herzen sollen das ich muss den schlüssel kriegen ich bin bomben geil kann das immer kurz demonstrieren was kriegt man für mit judas satan besiegen es liegt mir so ein kleines scheiß kind hier hinterher kann ich ja noch mal machen fangen wir noch hin zu dürfen ok ich glaube das kann ich jeden raum einsetzen ich gerade gar nicht ach ist ja eigentlich auch egal ich bleibe lieber bei schwupp da wo halalala das war ja mein normales wie ich irgendwas hätte mir irgendwie erscheinen müssen in meiner vision ich dachte direkt elendig das ist ja schwarz weil hier so schwarze sich nicht rassistisch schwarze siffe ja ich gebe dir nur genau weil ich keine anderen hobbys habe ein neidio ein neidio ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott Weißt du was? Zack Das können wir auch geschickter machen Noch geschickter Like a boss Boah, ich hab fast einen Schlüssel verbraucht Oh ja, geil Epischer Boss Das ist der Satan-Boss Und der gibt mir Satan-Aus Also irgendein Item von Satan Richtig geil Hier zum Beispiel Jetzt kann ich hier fliegen und durch Sachen schießen Das wusste ich nicht Ich hab hier eh noch ein Herz Ich hätte gleich noch in den Satan-Raum gehen können Egal Sowas kann Was passiert jetzt mit mir? Oh, ich necke ein Baby, eine Blume Äh, ein Baby, ein Kind Mit einem Mann hab ich einen Kleinen Jetzt wurde ich ausgedacht von einem Mädchen Dem ich meinen Schniegel gezeigt hab Meie Wieso lachen die nur alle über meinen Schniegel? Ich hab doch Eier aus Stahl Naja Böse Kinder Fail Also, noch geschickter hättest du dein Sworn nicht legen können, ne? Das geht nicht Jetzt kann ich auch über die rote Suffe fliegen Oh, noch ne Pille Ich hab gebufft Läuferreck Ich will jetzt nicht irgendwie andeuten, dass dieses Teil, das mir nachmacht, gefailt hat Doch hat es Bin ich ganz ehrlich Es hat gefailt Oh, wie so eine Darkness-Ebene Spiel das scheiße Ich mag mich doch nicht Aaaaaah Bam Ein Herz, welches ich nicht brauche Okay, ich glaub ich geh lieber nach links Weil coole Leute gerne nach links gehen Oh Gott Einige Viecher backen da drin dann rum in der offenen Tür Und wie Chubby zum Beispiel Wie musst du da Wenn die Tür offen ist Als Miniboss Dann 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 Gott, wie mich die Maden nicht treffen, bzw. mich versuchen zu treffen. Ich glaube, ich hätte da doch nicht reingehen sollen, bei den Bossen. BTF, da kommt doch Chubby! Wusste ich. Okay, nochmal so ein normales Ruh. Mit Herzen. Mit Herzen. Und... ... ... ...